Ich würde Christian deshalb weiterempfehlen für alle Menschen, die in einem ähnlichen Bereich tätig sind wie ich, die als Coach oder Berater unterwegs sind und für sich sagen, sie besitzen eine hohe Qualität bei dem, was sie leisten, was sie von der Arbeit her selber in der Lage sind zu bringen. Aber wenn sie jemanden brauchen, der das absolut auf den Punkt bringt, und zwar aus unternehmerischer Sicht, dann würde ich den Christian immer, immer wieder empfehlen. Ich bin Carmen Maidau, Single Coach und Paar-Expertin. Und ich helfe alleinstehenden Menschen, Singles dabei, ihre Ausstrahlung so zu verändern, dass sie von innen und von außen zu einer anziehenden Persönlichkeit werden, um dann den passenden Menschen ins Leben zu ziehen und dauerhaft eine glückliche Beziehung zu führen. Christian hat für mich etwas möglich werden lassen, was ich selber so nicht gekonnt hätte, denn ich bin selbst ein sehr kreativer Mensch, aber was mir fehlte, war die Struktur in dem Tun, in dieser Art ein Programm wirklich aufzuziehen. Und das habe ich jetzt hier gelernt und ich habe ein ganz wunderbares Programm online veröffentlichen können. Ich empfinde die Selbstständigkeit als etwas ganz Großartiges, weil ich natürlich große Freiheiten dadurch gewinne und selber einschätzen und mir auch wirklich meine Zeit so einteilen kann. Ich habe mit Christians Hilfe umgesetzt, dass ich sehr, sehr genau sagen kann, wer meine Zielgruppe ist. Ich weiß hundertprozentig, für wen ich arbeiten möchte, mit wem ich wirklich zusammenarbeiten kann. Und ich habe gelernt, einfach wirklich dieses absolut strukturierte Programm auf die Beine zu stellen. Ich habe jetzt auf die Weise ein hohes Maß an finanzieller Freiheit gewonnen, weil ich ein regelmäßiges Einkommen habe, dadurch, dass Menschen mich finden. Es ist einfach so, dass ich nicht mehr aktiv in diese Akquise gehen muss. Das ist auch durchaus etwas, was mir nicht so leicht vorher gefallen ist. Und jetzt ist es so, dass eben über automatisierte Werbung natürlich die Menschen mich finden. Und das ist großartig. Also das ist etwas, was ich mir so hätte gar nicht vorstellen können. Ich habe vorher in der Praxis mit Menschen gearbeitet und ich habe mich situativ jedes Mal Stunde um Stunde auf den Menschen eingestellt, mit dem, was kam, mit dem, womit einfach die Singles auch gekommen sind. Aber was jetzt ganz anders ist, ist einfach, dass ich wirklich einen komplett vorgefertigten Programmablauf gewährleiste, der ganz gezielt über Persönlichkeitsentwicklung hin zu einer ganz veränderten Ausstrahlung führt. Der Christian hat eine ganz spürige Art und kann sehr, sehr gut erkennen, was da vielleicht auch noch so für verborgene Talente in dir schlummern. Und von daher war das etwas, was auch sehr, sehr aufschlussreich war für mich. Es gibt in dem Mastery-Programm zwei Consulting Days und die sind wirklich dazu da, dass man innerhalb einer festen Gruppe sich ganz viel Feedback holt. Und das ist etwas, was ganz wunderbar ist. Man selber gibt sehr aufmerksam ein Feedback für all die anderen. Und es ist wie so eine kleine geschlossene Gruppe, in der sehr vertrauensvoll miteinander gearbeitet wird. Und wie gesagt, es sind einfach auch so qualitativ, so spürige Menschen, dass es einfach richtig toll ist, wenn man für sich auch für seine eigene Darstellung Rückmeldungen bekommt, ein ganz hocheffizientes Feedback. Und in der Zusammenarbeit mit Christian und Yvonne ist das natürlich dann einfach etwas, was sich so richtig zu einem ganz komplexen Bild und einer großen Motivation für einen selber zusammenfügt. Ich habe einfach dieses Unternehmer-Mindset entwickeln dürfen. Ich darf Chefin sein, ich darf Chefin meines eigenen Unternehmens sein, bin jetzt dabei, einfach mir zu überlegen, mit welchen Menschen ich in einem Team zusammenarbeiten kann. Und von daher ist das jetzt wirklich ein ganz neuer Erfahrungswert, mich wirklich mit diesem Erfolgs- und Unternehmer-Mindset selber auch vorm Spiegel zu sehen. Ich schätze an Christian ganz besonders seine Direktheit. Wenn man so selbstkritisch ist, dass man das für sich auch zulassen kann, dann hat es einen wahnsinnigen Wert für sich selbst in der Entwicklung, weil man an diese Schwachpunkte auf die eine oder andere Weise ziemlich direkt hingeführt wird. Und von daher, das sind einfach Chancen zum Wachsen. Wenn Sie jemanden brauchen, der das absolut auf den Punkt bringt, und zwar aus unternehmerischer Sicht, dann würde ich den Christian immer, immer wieder empfehlen, weil er bringt aufgrund seiner eigenen Vita einfach so eine Art mit, die braucht es auch. Und ich habe einfach diesem Bauchgefühl vertraut, denn mich hat etwas angesprochen, was ich gar nicht benennen konnte, aber irgendwas hat mich angezogen. Und wenn das auch bei anderen Menschen der Fall sein sollte, kann ich nur ermuntern und sagen, geh dem nach und geh genau diesen Weg.